Und wir haben beschlossen dieses Lied als erstes zu spielen und wir haben damals auch beschlossen, dass ich es im Publikum anfange und auch noch A Cappella. Und es war jeden Abend furchtbar, auch schön, aber es war jeden Abend so furchtbar, weil ich so aufgeregt war. Und es war die allererste Tour für uns und wir hätten uns schon damals nichts Schöneres vorstellen können. Und heute sind wir wieder hier, wir sind wieder in der Heimat, wo alles angefangen hat. Und wir sind wieder im Kopf und ihr seid auch, es ist schön, deswegen spiele ich einen Song. Wir lassen uns mal. Oh mein Gott. Ich nehm die letzte Wahl, die mich von hier noch zu dir fährt. Es ist Ziemlichkeit hier unten, niemand sonst noch hier. Ich denk noch drüber nach, wie ich es dir am besten sag, dass für dich ohne mich alles so viel besser wär. Und wenn du nur wüsstest, dass das mein letzter Tag sein würd, könntest du dann mit mir reden, so als wär's wie immer. Und wer kommst du mir nach, wenn ich es von dir geb'n, denn ich bleib' für immer und schreib' dir mal vor. Und wenn du nur wüsst, dass das mein letzter Tag sein würd, könntest du dann mit mir reden, so als wär's wie immer. Ich hab' mich hier, um zu sagen, als mir tut, der dich hätte nicht verdient, dass du mir verzeihst. Und alles, was jetzt ist, wird nie mehr so sein, wie es war. Deshalb muss ich nicht mehr vergessen, wie es ist, wenn du mich küsst, kommst du mir nach, wenn ich es von dir geb'n, denn ich bleib' für immer und schreib' dir mal vor. Und ich bleib' für immer und schreib' dir mal vor. Alles, was jetzt ist, wird nie mehr so sein, wie es war. Deshalb muss ich nicht mehr vergessen, wie es ist, wenn man mich küsst, kommst du mir nach, wenn ich jetzt von dir geb'n, Denn ich bleib' für immer und schreib' dir mal vor. Doch, Gott, Gott, du, Gott, du mir nach, denn ich bleib' für immer. Ich bleib' für immer und schreib' dir mal vor. Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020